Charlotte Casiraghi, die Enkelin der legendären Hollywood-Schauspielerin und Fürstin Grace Kelly von Monaco, hat eine hypnotische, subtile Ähnlichkeit mit ihrer Großmutter. Und genau wie Grace gehört Charlotte zu den Top-Schönheiten des Fürstentums. Und obwohl Charlotte keinen offiziellen Titel trägt, nennt die Presse sie unausgesprochen Prinzessin von Monaco. Charlotte ist die Tochter von Prinzessin Caroline, der ältesten Tochter von Grace Kelly und Fürst Renier III von Monaco. Man könnte meinen, dass das Leben des Mädchens wolkenlos und glücklich sein sollte, klar, so ein schönes und kluges Mädchen. Aber seit ihrer Kindheit war Charlotte sehr einsam und brauchte dringend Liebe. Die Mutter des Mädchens wurde im Alter von 33 Jahren Witwe. Der Ehemann von Prinzessin Caroline und Vater der kleinen Charlotte, der italienische Geschäftsmann Stefano Casiraghi, starb bei der Teilnahme an einem Schnellbootrennen. Und all dies geschah vor den Augen einer unglücklichen Frau. Carolina war lange Zeit untröstlich. Sie blieb allein mit drei Kindern zurück und wusste nicht, wie es mit ihrem Leben weitergehen sollte. Zusammen mit Charlotte und ihren Söhnen Andrea und Pierre zog die Frau nach Saint-Rémy-de-Provence, wo sie sich eine Zeit lang vor der Verfolgung durch Medienvertreter versteckte. Charlotte erlebte von klein auf einen Mangel an mütterlicher Liebe und Aufmerksamkeit. Ihre Mutter war äußerst streng in der Erziehung ihrer Kinder. Und die kleine Charlotte wurde gleichberechtigt mit ihren Brüdern auf die Schwierigkeiten des Lebens vorbereitet. Und dann lernte Prinzessin Caroline Prinz Ernst August V. von Hannover kennen und heiratete ihn. Ein Jahr später bekam Charlotte eine kleine Schwester, Alexandra. Nun beschloss Caroline, ihre mütterlichen Fehler zu korrigieren und ihre kleine Tochter nachzuholen. Und die 13-jährige Charlotte hielt sich bereits für alt und unabhängig genug, um mit allem allein fertig zu werden. Charlotte liebte von Kindheit an Tiere. Für die kleine Prinzessin, der es an mütterlicher Liebe und Kommunikation mit Gleichaltrigen mangelte, wurden sie die besten Freunde. Die Leidenschaft des Mädchens galt schon immer den Pferden, auch ihre Mutter liebte diese anmutigen Geschöpfe und ritt oft auf ihnen aus. In jungen Jahren träumte Charlotte davon, ihr langweiliges aristokratisches Leben zu verlassen und nach Island zu gehen, wo sie sich der Pferdezucht widmen konnte. Als Erwachsene nahm Charlotte oft an Reitwettbewerben wie der Global Champions Tour, dem Pariser Eifelspringen, den Gucci Masters und anderen Teil. Die Liebe zum Reitsport wurde Charlotte übrigens von ihrer Lieblingstante Stefanie eingefüßt. Zu ihrem 12. Geburtstag schenkte ihre Tante Charlotte ihr erstes Pferd, das sie Emilia nannte. Frühmorgens sattelte Stefanie das Pferd und ritt zu Charlottes Balkon hinauf. Das glückliche Mädchen winkte ihrer Tante zu. Und Stefanie rief ihr mit einem Lachen zu. Ich habe Emilia auf dich angesetzt, sie wird dich bis ans Ende der Welt mitnehmen. Behalte deine Freiheit, mein Mädchen. Prinzessin Stefanie, die jüngere Schwester von Charlottes Mutter, war ein frischer Wind in der fürstlichen Familie. Das Mädchen schaute ihre Tante mit echter Bewunderung an. Ja, denn Stefanie schaffte es, so zu leben, wie sie es wollte, ohne Rücksicht auf die Forderungen der anderen. Stefanie schaffte es in ihrer Jugend, Model, Sängerin und Designerin zu sein. Sie war leicht, frei und fröhlich, keine Angst, die Regeln zu brechen, war eine leidenschaftliche Natur, die oft verursacht Neid und Unzufriedenheit der anderen Mitglieder der fürstlichen Familie. Darüber hinaus verliebte sich Prinzessin Stefanie oft und zögerte nicht, eine Affäre nach der anderen zu haben. Charlotte wollte so werden wie ihre Lieblingstante. Obwohl der Charakter Charlottes viel weicher war als der ihrer Lieblingstante Stefanie und sich die Temperamente der beiden Frauen deutlich unterschieden, gelang es der Prinzessin, das Ideal einer freien und unabhängigen Frau zu werden, das ihr in der Kindheit so gut gefiel. Der Reitsport hat die Schönheit abgehärtet und sie entschlossen und geduldig gemacht. Und die Kenntnis von drei Sprachen, eine brillante Ausbildung, die sie am französischen Lucie Fennelon erhielt, und ein Abschluss in Philosophie an der Sorbonne öffneten ihr die Tür zu einer sicheren und interessanten Zukunft. Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass Charlotte nicht nur eine interessante Person und eine schöne Frau wurde, sondern auch eine Prinzessin. Und diese Tatsache bedeutete immer zusätzliche Privilegien und Aufmerksamkeit der Presse. Sie wurde eingeladen, mit großen Marken zusammenzuarbeiten, sie wurde das Gesicht von Gucci, arbeitete im Fernsehen und war als Journalistin für die berühmte britische Zeitschrift The Independent tätig. Persönliches Leben Die kluge und schöne Charlotte hatte, wie so oft, kein Glück in der Liebe. Darüber hinaus wurden alle ihre Romane sofort öffentlich. Die Menschen sind immer unzufrieden mit der Wahl der Monarchen, und egal, auf wen diese Wahl fiel, ein Prinz, eine Vernunft eher ein einfacher Mann, Missachtung der Tradition. Charlotte entschied sich für die zweite Option, wie ihre Tante, Prinzessin Stephanie, war sie gleichgültig gegenüber polierten Aristokraten, aber zu Menschen der Kunst hatte sie immer ehrfürchtige Gefühle. Die Beziehung mit dem ersten Auserwählten, dem Besitzer einer Kunstgalerie in London Alex Delal, endete vier Jahre nach dem Treffen. Und nur fünf Monate später war Charlotte ganz in eine stürmische und lang anhaltende Romanze mit dem französischen Schauspieler G.A.D. Elmalich vertieft, der immerhin 15 Jahre älter war als das Mädchen. Die Öffentlichkeit nahm diese Beziehungen der Prinzessin nicht schlecht auf. Die Presse wurde nicht müde zu schreiben, dass Elmalich Charlotte benutzt, um so seine finanzielle Situation und seine Nachfrage im Beruf zu verbessern. Und in der Tat wurde die Karriere des Schauspielers dynamischer, nachdem er begann, in der Gesellschaft der unausgesprochenen Prinzessin von Monaco aufzutreten. Die Situation verschlimmerte sich, als Charlotte und G.A.D. einen außerehelichen Sohn, Raphael, 2013, zur Welt brachten. Eine Flut von Kritik und Forderungen, die Verlobung mit dem Alfonso zu lösen, diese Frau musste fast täglich in der Presse lesen. Das Paar, das seit Ende 2011 zusammen ist, trennte sich 2016 neue Liebe. Am 1. Juni 2019 wurde Prinzessin Charlotte offiziell die Frau des Filmproduzenten Dimitri Rassam, Sohn der Schauspielerin Carol Bukwit, 2017 begannen sie sich zu verabreden, obwohl sie sie schon länger kannten. Der Funke der Leidenschaft flammte unerwartet auf und versprach, sie beide zu verbrennen, denn Dimitri war zu dieser Zeit mit dem russischen Model Maria Nowuselowa verheiratet, mit der er eine Tochter großzog. Die ganze Welt verfolgte die Entwicklung dieser Affäre. In der Presse wurde Charlotte gnadenlos kritisiert und als Scheidungskandidatin bezeichnet, obwohl Dimitri versuchte, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Er kam zu seiner Frau und sagte ihr offen, dass er sich in eine andere verliebt hatte, bot ihr eine gute Abfindung und die Scheidung an. Und dann erfuhr er, dass Charlotte ein Kind von ihm erwartete. 2018 gaben Rassam und Katsiragi auf dem Rosenball in Monaco ihre Verlobung bekannt, doch die Hochzeit wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, nachdem die Prinzessin den Sohn ihres Liebhabers Beidhazza zur Welt gebracht hatte. Heute sehen Charlotte und Dimitri glücklich aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017